so und herzlich willkommen zu einem neuen Info-Video ja viele haben mir geschrieben ich soll mit dem Feuerwehr Simulator nicht wirklich weitermachen zu glück nicht wollte ja auch nicht und emergency 3 ist erstmal pausiert da das Spiel irgendwie es funktioniert irgendwie nicht mehr und ja jetzt habe ich eigentlich schon eine neue Idee ihr seht schon minecraft ich weiß noch nicht ob ich nicht zu gehen oder dann aber da alleine um mit später und dann wenn ich in zu gehen machen will trau ich jemanden zur bestellen kann was sonst geht das nicht um uns ja ich werde nächsten Tag noch gucken wie ein server erstellen könnte der sich cool wäre es mir schreibt und ja vielleicht kommt da eine an minecraft LP tschüss